Für die Sitzung des Bundestages am 16. Oktober steht nur ein Punkt auf der Tagesordnung, die Wahl des neuen Kanzlers. Einziger Kandidat ist Professor Dr. Ludwig Erhard. Die Entscheidung fällt im ersten Wahlgang. 279 Stimmen für Ludwig Erhard, 29 Stimmen mehr als das Grundgesetz fordert. Bundestagspräsident Gerstenmaier verkündet das Wahlergebnis. Dann wendet er sich an den Abgeordneten Erhard. Frage Sie, Herr Abgeordneter Professor Erhard, nehmen Sie die Wahl an? Nehmen Sie die Wahl an. Am Nachmittag dieses Tages leistet der neue Kanzler, der vorher vom Bundespräsidenten die Ernennungsurkunde erhalten hat, den Eid auf das Grundgesetz. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widme, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wende. Das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahre mir Gott helfe. Schon 24 Stunden später empfängt Bundespräsident Lübcke das Kabinett Erhard und händigt den 20 Ministern die Ernennungsurkunden aus. Nur drei Minister sind neu in der Bundesregierung. Dr. Mende, Minister für gesamtdeutsche Fragen und zugleich Vizekanzler. Kurt Schmücker, der von Erhard das Ministerium für Wirtschaft übernommen hat und Hans Krüger, Minister für Vertriebene. Einen Tag vor der Kanzlerwahl hatte sich das Parlament von Konrad Adenauer verabschiedet. Die Laudatio Dr. Gersten Mayers auf den Kanzler schließt mit einer Erinnerung an den Amtsantritt Dr. Adenauers. Damals standen Sie auf und traten vor das Haus. Heute steht der Deutsche Bundestag vor Ihnen auf, Herr Bundeskanzler. Um für das deutsche Volk dankbar zu bekunden, Konrad Adenauer hat sich um das Vaterland verdient gemacht. Adenauer dankte den Abgeordneten für die Ehrung und für die 14 Jahre gemeinsamer Arbeit. Und ich möchte dem einen mehr, dem anderen weniger, natürlich. Aber ich möchte Ihnen allen danken. Vor allem aber wollen wir dankbar sein unserem deutschen Volke. Ich sage bewusst und gewollt, nicht dem deutschen Volke, sondern unserem deutschen Volke. Im Rathaus Schöneberg ehrte Berlin den scheidenden Kanzler. Der Präsident des Abgeordnetenhauses hatte das Stadtparlament zu einer Sondersitzung einberufen. Der regierende Bürgermeister Willy Brandt überreichte Dr. Adenauer den Ehrenbürgerbrief der Stadt. Verehrter Herr Bundeskanzler, wenn wir Ihnen heute das Ehrenbürgerrecht von Berlin verleihen, so handeln wir nicht für uns allein, sondern zugleich stellvertretend für die deutschen Städte. Der neue Bundeskanzler gab schon am zweiten Tag nach dem Amtsantritt seine Regierungserklärung ab. Ludwig Erhard bekannte sich zu den Grundsätzen der Politik seines Vorgängers. In Einzelfragen kündigte er neue Wege an. Seine Hauptaufgabe sieht Erhard darin, Währung und Preise stabil zu halten. Ich erkläre, dass sich die Bundesregierung aus ihrer besonderen Verantwortung keinem Zwang und auch keiner offenen oder versteckten Drohung zu beugen gewillt ist. Applaus 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 Applaus